okay lass mal das bei training dass man training machen los geht's ja leute ich muss gleich arbeiten ja ich noch halbe stunde dann muss ich los okay so So, rutschen während des Spiels. Ah, das aber dünt so. Äh, Black Ops 4, ne? Oh, Black. Nein, Black Ops 3 stimmt. Boah, ihr könnt doch was rein. Das öffnet man mit Viereck, ne? Ja, aber gut. Schnapp dir die Vorwicht und ich zie ja bestimmt, äh, was mein Leben bitte. Granate, Granate wechseln. Äh. Granate wechseln. Nichts, äh, nicht mehr wechseln. Kann man auf BAM gehen? Ja. Bebeleck wird's gut. Äh. Äh... Äh, links Oder waren hier noch Zweitwaffen? Was ist das hier? Ah, hier Okay Äh, Waffe auswaffen Oh mein Gott, ich ruhe den Schöpfen Ah, das ist die Falle Hier gibt es zwei oder so Äh, was ist das jetzt? Oh mein Gott, ich ruhe den Schöpfen Oh mein Gott, ich ruhe den Schöpfen Feindliche Position Wie mache ich das? Oh mein Gott, ich ruhe den Schöpfen oud Schöpfen Ich ruhe den Schöpfen Ich ruhe den Schöpfen Ja, wir können nie hinweisen, dass wir unsere Reaktionen Was hast du das wenn du es auf englisch fährst? Ah ok Also das soll eine Wiederbelebung sein Was ist das denn? Ich hasse das wenn das mit Untertiteln ist oder so Aber ich hasse das Wenn du scheiße schießt es geht auch jemand drauf Also ist das Loot Wie kann ich mein Inventar öffnen? Respawn So wir schon mit dem Online dran oder? Kommt der denn auch hier wieder oder? Schreckt der jetzt da raus oder was? Aha Oh scheiße Aha Ok Was kommt wieder an so einem Ding ins oder? Oha Tschüss Ah Oh Was ist das denn die da? Oh Was ist das denn da? Oh 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 Was ist das jetzt? Video Tut mir leid so für die Qualität der letzten Videos Weil Äh Meine Kamera und mein Mikrofon ist noch nicht angekommen In den nächsten zwei Wochen ist das bestimmt da Und Ja Wenn es euch gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne ein Abo oder Like da Äh Schreibt eure Meinung in die Kommentare Was ich noch machen kann Ich mach auch Fortnite Videos Oder Black Ops 4 Zombie Modus geht auch Äh Epix Legends kommt jetzt auch noch Das lerne ich übe ich trainiere ich Weil ich hab das erst heute so angefangen Wisst ihr was ich meine? Und Ja Leute Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao